Hallo liebe Monagorist. Guten Tag. Schönen guten Tag auch von mir. Und wieder einmal ist Linus zu Gast unser Nachhaltigkeitsexperte, der sich heute mit B. Wuden beschäftigt hat. Wer sind die und was machen die? B. Wuden stellt Fliegen her und Manschettenknöpfe und Portemonnaies aus Holz. Ach komm, sehr interessant. Und dahinter steckt Cztirad Sara, das ist ein tschechischer Fotograf und Designer. Und die sitzen in Prag und haben dort eine kleine Schreinerei, die für die herstellt. Okay. Was macht B. Wuden für den Menschen? Ja, das Schöne ist, dass sie eine traditionsreiche Schreinerei, also einen Familienbetrieb, am Leben erhalten durch quasi die Auftragsarbeit. Das ist so, diese kleine Schreinerei hat früher Möbel hergestellt, aber durch die Marktveränderung in der Möbelbranche, du kennst das, die großen Möbelkaufhäuser, haben es halt kleine Tischlereien und Schreinereien schwer, sich irgendwie am Markt zu halten. Und diese kleine Schreinerei kann durch B. Wuden halt überleben. Und dort ist ein Mannbetrieb und der fertigt quasi die Fliegen auch von Hand. Und so wird einfach das Handwerk auch, das Schreinerei-Handwerk irgendwie am Leben erhalten. Ja, sehr schön. Was macht B. Wuden denn für die Umwelt? Ja, also es wird ja nur Holz verwendet. Und das Schöne ist, da muss aber jetzt auch kein Holz, kein Baum dafür abgeholzt werden, sondern aus den umliegenden Schreinereien, also ich glaube im Radius von 100 Kilometer, werden einfach die Holzabfälle, die dort entstehen, abgeholt und quasi aus Ausschussware dann die Produkte hergestellt. Und auch sonst, in den Portemonnaies ist ja Rinderleder auch verarbeitet und diese Rinder sind aus, also werden in ökologischer Freilandhaltung gehalten. Das ist kein Massenbetrieb, ja, und das finde ich auch sehr schön. Und die Lacke, die verwendet werden, sind auf Wasserbasis, sind halt auch einfach umweltfreundlich und schön. Sehr gut. Macht das Unternehmen noch was als Unternehmen? Ja, die spenden jährlich an Movember diese Stiftung, die sich für die Erforschung und Vorbeugung von Hodenkrebs und Prostatakrebs einsetzt. Und da spenden die 10 Euro pro, 10 Dollar pro Fliege. Schön. Ja, und schön ist auch, dass es eine lebenslange Garantie gibt von BeWoden auf seine Produkte. Ah, das ist eine sehr schöne Sache. Ja, wunderbar, vielen Dank. Sehr gern. Das war es zum Thema Nachhaltigkeit bei BeWoden. Die Produkte sind auch sehr schön. Guckt sich einfach mal im Shop an und wir sagen bis bald. Ciao. Tschüss.